Wunderschönen guten Morgen, liebe Unlimited Users. Ich hoffe, alles nimmt auf, weil ich nehme das jetzt auf keinen Fall zweimal auf. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe ein Video gesehen, wo Deon reaktet auf Peter Reven, der auf ApeCoin reaktet, auf die Reaction von Leon Machère. Dazu wurde ich ansteigend aufgefordert, dann auch zu reakten. Das erste, was mir auffällt, muss man natürlich beachten, da steht YouTube Unlimited Users hat einen B-Log hochgeladen, den zweiten, schon mit 750 Milden, die verstorben sind. Das ist, glaube ich, ein richtig nice Video, das solltet ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. So ein bisschen Cross-Promotioning sollte ja immer drin sein. Wie gesagt, die ersten drei Minuten kenne ich von Deon. Das sind etwa dann so die relevanten 10 Sekunden von Peter Reven. Und von ApeCoin kenne ich eigentlich jetzt gerade nur das Intro, aber ich weiß, glaube ich, den Diss-Track habe ich schon mal gesehen. Also, da schauen wir jetzt einfach mal rein. Ich muss mich wahrscheinlich nachher mal irgendwie hin und her verschieben. Schauen wir mal. Wird relativ schwierig. Ich muss mal gucken, dass das jetzt auch den Ton mit aufgenommen wird. Und was gibt es Besseres, als darauf zu reakten? Ja, reakten halt. Wir schauen mal einen neuen Trend an. Achso, die Reaktion. Ich hoffe, also, ein bisschen Durcheinanderreden schadet ja natürlich bei Reaktion Video auch nicht. Ein bisschen Durcheinander kann man ja schon machen. Ein bisschen größer. Was machst du größer? Sound sollte gut sein. Schauen wir mal rein. Ach, du schaust Peters Video größer. Ja, meins habe ich direkt schon groß gestartet. Macht ja auch Sinn. Das ist der Peter Reben. Den erkenne ich sofort. Ja, den erkenne ich. Ja, den Pickeln erkennt man ganz gut. Ach komm, das ist fies. Ja, gar nichts. Den erkennt man doch nicht nur an den Pickeln. Jetzt ist der oben. Man, dieses freundliche Lächeln, das ist einfach eine Marke für sich. Was passiert jetzt? Erstmal gar nichts. Das habe ich schon gesehen halt. Erstmal eine Einstellung. Da warten wir halt zusammen jetzt. Geht er wieder weg? Ja, aber er kommt wieder. Kann man auch schneiden, kann ich ehrlich gesagt. Elkheim reagiert auf Jan Maché's Disreaktion. Er steht links oben. Moment, jetzt sagt er was. Es geht. Bei mir nichts. Er beben. Elkheim reagiert auf Jan Maché's Disreaktion. Das habe ich schon vorgegesehen. Das habe ich ja auch schon. Disreaktion auf Reaktion. Was mache ich? Ich reagiere auf die Elkheim Reaktion. Wie Elkheim reagiert, wie Leon Maché auf seine Disreaktion reagiert. Kann man denn auf sowas alles reagieren? Ich rollere die UUs auf, auf dieses Video zu reagieren. Das machen wir natürlich. Und immer so weiter. Krass. Okay, gut. Ihr versteht es, wie ich es meine. Na ja, mal schauen, wie es wird. Das Problem, ich mache mal ganz kurz Pause. Das Problem an diesem, wir reagieren auf die nächsten Reaktion und auf die nächsten Reaktion. Die Videos werden halt immer länger, weil die Leute auf Pause drücken. Also man hat dann jetzt das erste, oh ich muss meinen Wecker wieder offen. Das erste Video dauert halt weiß ich nicht fünf Minuten, dann ist das nächste sieben, achtzehn. Wir sind jetzt, Deons Video ist 17 Minuten lang und meins wird dann wahrscheinlich definitiv länger als 17 Minuten werden. Müssen wir mal gucken, wie lang wir sind, wir sind dann halt auch ruckzuck bei einer Spiellänge. Ich bin schon an, dass der Speicherplatz sehr gering ist. So, mal schauen, was mich jetzt hier erwacht. Oh, mein Speicherplatz. Okay, an der Stelle mache ich kurz Pause, weil, äh, nee, ich mache doch weiter. Na. Ja, da musste ich nochmal ganz kurz Pause machen. Da sieht man halt hier direkt Elkheim. Die machen vor jedem Video Werbung für ihr, äh, für ihren Merch. Ich finde es ja okay, wenn man Merch hat, aber ich gucke nicht oft Elkheim, das muss ich im Moment sagen. Ähm, aber mir geht jetzt schon diese Merch, äh, Promotion ziemlich auf den Keks. Die beste Entscheidung meines Lebens. Die beste Entscheidung meines Lebens. Ich glaube, ich mache nochmal ganz kurz Pause. Moment, wir, 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 wir will ja denn nicht wissen, was... Äh, ich habe natürlich mein Wasser dabei. Ich habe auch immer in meinen Streams Wasser dabei. Das ist einfach, das, äh, hilft mir. Das ist der beste Kanal, äh, auf YouTube ist. Also, ich finde ein bisschen dreist, wie, äh, Rem da reagiert. Das ist... Also, ich meine, wir sind jetzt auch nicht der größte Kanal und ich... Ja, dann sag doch, was deiner Meinung nach der größte Kanal ist. ...der da machen möchte. Deswegen, nee, ist nicht der größte Kanal. Ja, nur kritisieren, aber keine eine Meinung dann daraus hauen. Gerade haben wir ein Video gedreht und währenddessen haben wir das andere geworden. Oh, das ist jetzt relativ leise auch, was die da in dem Video... Wir müssen aber auch so übertrieben reakten. Also... Wir müssen. Ey, ich hasse das, wenn Leute anderen Leuten sagen, dass sie übertrieben reakten sollen. Ey, da kriege ich so einen Halsgrüß, da ist so ein Halsgrüß. Boah, ey, wie dumm kann man eigentlich sein, wirklich. Weißt du, ein rotes Shirt an, äh, passt sich dem Hintergrund nicht an und es ist halt einfach... Es ist halt einfach dämlich. Also, ich meine, klar... Eben passt sich dem Hintergrund nicht an? Man ist halt ein normaler Mensch. Ach so, weil das Shirt nicht zur selben Farbe hat wie die Wand. Das jetzt irgendwie, die anderen Leute zu sagen, dass die übertrieben reakten sollen, ist halt wirklich... Dein T-Shirt ist schwarz und deine Wand ist weiß. Du hast dich da auch nicht an. Du mal leid, du mal leid, guck ich. Sorry. Du brauchst dich auch nicht entschuldigen. Von dem habe ich heute Morgen sogar auch das Video gesehen. Oder ist das das Video, wo er auf... Ach, das ist das Video, wo er... Genau, ich mache nochmal ganz kurz Pause. Ich habe heute Morgen das Video gesehen, wo Unge auf die Disstracks von Leon Machère reagiert. Ich glaube, das ist genau darauf bezogen, von dem, was wir gerade machen. Er mag Schären. Wird mir jetzt erst klar. Und dann habe ich direkt gesagt, nee, nee, mach Stopp, lass mal darauf reagieren. Ganz, ganz große Klasse. Fährt sich durch die Haare, wenn der junge Mann da im Video sich auch durch die Haare fährt. Ja, ich hatte gerade einen Finger, aber ich bin halt gerade erst aufgestangen. Muss ich mal klatschen. Wirklich. Ach, da muss ich mal eine ganz kurze Pause machen. Also das, was Peter Reven hier als ganz neues Konzept von Unvented Uses verkauft, ist eigentlich schon von den Apecrimes geklaut. Ja, ich reagiere auf, reagiere auf, reagiere auf und ich reagiere gleich richtig auf, wenn er weiter in diesem Video redet, anstatt es kurz anzuhalten. Also ich meine, so viel Zeit muss ja wohl sein. Also ich mache ja auch nicht immer Pause, ich habe jetzt gerade noch mal Pause gemacht. Wir sind jetzt bei 4 Minuten 37, das heißt, das, was jetzt alles kommt, kenne ich noch nicht. Aber ich finde es okay, zwischenzureden, wie gesagt, weil sonst ziehen sich die Videos halt unglaublich lang hin. Schippe drauf. Also ich höre... Eigene Zerstörung. André und Jeng ist halt fast gar nicht... Jeng ist halt eine interessante Art, sich an der Nase zu jucken. Finde ich cool. An der Stelle muss ich auch noch mal wieder anhalten. Es heißt nicht an der Nase zu jucken, es heißt an der Nase zu kratzen. Es juckt an der Nase und dann kratzt man halt. So ist das. Oder festigte Hand oder sonst was. Das ist doch jetzt echt unwichtig. Man juckt sich nicht. Also, Herr Reben, müssen wir nochmal ein ernstes Wort drüber reden. Nein, müssen wir nicht. Weiter. Ach ja, Mimi. Mimi, das Dreck war auch mega witzig. Oh, ich freue mich nicht. Ich habe es gerade erst gesehen. Ach so, ich habe aber die Ongel-Reaktion gesehen. Nicht die von Apkow. Was war das für eine Bewegung gerade? Also ganz ehrlich, dumm. Ja, ja. Es ist einfach nicht so hoch gepitcht. Also, wenn man sich das geben will, dann kann man sich das Video locker reinziehen. Es gibt genug Leute, die sich das anscheinend anbelangt. Jetzt ist Pause. Nobody fucking cares. Ganz ehrlich, Peter Reben, nobody fucking cares. Worum geht's? Muss ich jetzt zurückspulen? Was heißt du? 100 Abonnenten? Nicht mal. Also, ganz ehrlich, halt einfach deine Fresse. Peter Reben, halt einfach deine Fresse. Ganz ehrlich. Könnte man sich nicht geben. Ach, scheiße, ich muss ja darauf reagieren. Jetzt kommt der Nächste. Oh, warte, warte. 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 Ich muss ja auch noch ganz kurz Pause machen. Also, jetzt hat es gerade den Anschein gehabt, als ob man nur auf das reagieren kann, was der davor hat. Das heißt, ich müsste jetzt nur Dinge zu Dian sagen, das finde ich aber scheiße, weil es gibt ja auch genug andere Sachen, auf die ich reagieren könnte. Ich würde auch einfach den weiteren empfehlen, auf alles zu reagieren, wo drauf die Plus-Torben zu reagieren. Hätte ich herausgefunden, dass man Pause drücken kann. Ja, so, klapp. Nicht schlecht. 1A-Spitze. Nicht schlecht. 1A-Spitze. Dann ist das Video dann ganz lange. Ich höre immer mal ein Soundfehler. Nicht zurückspülen, bitte. Zu unserer Stelle. Jetzt kommt der Nächste. Der Nächste. Ja, der Nächste. Das Trick halt. Revin, ganz ehrlich. Nobody cares. Kannst du bitte einfach auf die 8-Frame-Leute reagieren und nicht auf Leon Machia? Das haben wir jetzt halt schon zehnmal gesehen. Wirklich. Ach so. Ich hoffe, du lernst es irgendwann. Okay, dann muss ich jetzt wirklich nur auf Leon reagieren. Oh, ich hänge halt voll über Leon. Das ist, glaube ich, kein Verschnitt. Hat er noch nicht ernsthaft gemacht, diese Witz, oder? Also ich meine, du bist jetzt auch nicht gerade der Schlankste, ne? Was? Und du kannst da wirklich mal auch einfach mal eine Scheibe von dir selber abschneiden. Du hast ja genug Fett. Eins deiner Doppelkinns könntest du ja wohl mal abgeben und einfach mal diese Witze, diese Fettshaming-Sachen einfach lassen. Also an der Stelle würde ich dich am liebsten rausziehen. Das ist jetzt ironisch gemeint. Das ist einfach irgendwie meine Cam über deine Sätze oder so. So was vielleicht. Warte, ich mache mit. Da muss ein bisschen verschieben. So was in Zukunft einfach sein lassen. Ich habe so ein Bild, das ich da drunter habe. Das muss dann natürlich zuerst darüber. Ne, so was macht man nicht. So was macht man einfach nicht. Oh, was? Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich versuche mich mal hier oben in die Ecke zu setzen. Ja, das ist dieser Leon Marc Scheres. Marc Scheres. Der ist sehr ernst. Der ist ernst. Scheiße, ich muss darauf reagieren. Fuck, ich gucke die ganze Zeit. Ja, weil die anderen halt auch nichts machen. Ich habe es doch schon gesagt. Deshalb hast du auch keine Abonnenten, deshalb hast du keine Freunde. Deshalb hast du im Hintergrund kein Bild. Ach, das mit dem Argumenten ist einfach so eine Marketing-Sache. Dumm, dumm, dumm. Da unten hin, weil das Video habe ich auch nur halb gesehen. Jetzt gucke ich das. Uah. Inception. Naja, man muss sich halt ein bisschen... Wie heißt das? Zusammenheißen. Konzentrieren. Das ist kein ernster Blick, das ist Schauspieler, gekünstelt. Aber er ist doch Schauspieler. Da würde ich eher einen Jenny Graber anrufen, dass er mir einen ernsten Blick zuwirft. Aber das, das ist Kinderkacke. Ich mache mich noch ein bisschen kleiner hier. Eigentlich könnte ich mich auch noch mal ein bisschen verschieben. Ich mache mich mal klein, klein hier hin. Das sieht ja noch witziger aus. Abschneiden. Aus Gründen. Was hier losgeht, war schon gut. Da mache ich das aber auch wieder größer. Finde ich gut. Hast du nicht gut gemacht? Ganz ehrlich? Nee, ich mache das Bild jetzt an. Weg hier. Ich überlege, wo ich mich hin packe. Was gerade die relevante Aufnahme ist. So. Das glaube ich jetzt super für ihn. Ich habe mir das echt gerade zum ersten Mal reingezogen, Freunde. Ja, zum allerersten Mal. Er reagiert halt wieder auf Leon Machia. Was völlig in Ordnung ist. Ich verstehe nicht, was mit dem Jungen falsch läuft. Man kann doch einfach auf alles, was sich bewegt, reagieren. Weil die Apes bewegen sich halt echt auch eine längere Zeit einfach nicht. Die leiten halt davor und streicheln ihren Bart. Ich war zu faul, auf das Video zu... Scheiße, ich musste auch reagieren. Jetzt hat das wenigstens. Ich halte mich an die Regel nicht. Damals waren wir mal echt cool. Ich war mit New School. Ich war auch cool. Cool. Nee. Er reagiert halt... Also ich labere jetzt hier rein, weil dieses Video ist einfach nur langweilig und öde. Und seine Reaktion ist halt scheiße. Langweilig und öde. Und er reagiert halt wieder auf Leon. Oh Gott, ich überleg schon, was das für ein Ränderzeit sein muss, wenn das Video hier eine halbe Stunde dauert. Was ist da umgefallen? Irgendwas ist da umgefallen. Nicht mehr vor der Arbeit hochzuladen. Oh Gott, ich muss mal was runterwerfen, weil es sonst... What? Wer sitzt sich denn da jetzt in den Mittelpunkt? Jetzt mit dem runterfallen lassen ist es richtig blöde. Das ist diese Fake-Lache jedes Mal, ey. Lach oder lach halt nicht. Aber dieses gestellte Scheiße... Ganz ehrlich, löscht ich einfach. Warum so agassiert? Was ist denn hier los? Ich mache irgendwas aus deinem Leben, aber nicht das. Wow. Ich weiß nicht, realiere auf 11. September, 30 Jahre oder sonst was. Ist da vielleicht irgendwie privater YouTube-Stress unterwegs oder warum ist das so persönlich? Als ob das so wäre. Das habe ich gar nicht gecheckt. Alter, dann hat der mal seine Hand unter Kontrolle. Geh dich waschen. Ich geh mich mal ja gleich waschen. Jetzt diss ich dich schon. Und du kannst es auf jeden Fall nicht machen. Also Leonor Scheer sehe ich ja noch. Also der Junge. Ich seh ihn nicht mehr. Der hat ja was Fingst drauf. Der ist aus dem Blick schon raus, würde ich sagen. Apecrime ist halt scheiße. Aber du darfst auf jeden Fall niemanden irgendwie dissen. Weil dein Kanal ist halt Witz. Das ist auch immer dieselbe Abozahlen. Wenn ich auf deine Abozahlen gucke, muss ich lachen. Ja, vor Freude. Weiter geht's. Reagieren die auf uns? Ich hab dich einfach nur gefragt, Yo, kann ich einfach vorbeikommen? Yo, kann ich einfach vorbeikommen? Dieses, die ganze Zeit nachstellen. Yo, kann ich nicht vorbeikommen? Ey, so reagiert ein Kleinkind. Bist du ein Kleinkind? Ja, bist ein Kleinkind. Okay, machen wir. Zumindest ziemlich jung, ne? Ich guck die ganze Zeit auf das Bild. Ich muss ja eigentlich da drein gucken. Du musst gar nicht, als ob ich die ganze Zeit in die Cam gucken würde. Immer du musst, ich muss. Das ist YouTube. Das ist der wilde Westen. Ich weiß nicht, ob er gerade versucht, die per Telepathie zu töten oder wie? Aber dieser Blick ist halt einfach dieses... Leon, erzähl uns das dann bitte. André, wir haben die schon auf unserem Kanal. Wer von denen ist André? Der Linke. Sorry, dass ich hier irgendwie... Links ist André, rechts ist Cengiz. Wer ist der? Links. Ganz dunkel. Aber wenn du das nächste Mal in irgendeinem Club bist, kannst du gerne mal den Malte mal berichten. Was ist eigentlich da geschehen? Das hätte eine schöne Partnerschaft werden können. Ich weiß, wovon er redet. Das Witzige war, dass Dian auch wirklich dabei war bei dieser Party, wo das Video aufgenommen wurde. Also wir kennen uns quasi alle persönlich. Entschuldige mich jetzt schon mal. Deck es auf und ich decke dich zu. Ey, deine Witze sind so unterste Schubladen-Schiene. Warum halt... Ja, das hat mir gefallen. Wie lange geht das Video noch? 14 Minuten, noch drei Minuten läuft es, also habe ich noch Zeit zu rechten. Also du wirst, ich lade das jetzt auf dem U-Kanal hoch. Ja, offensichtlich. Ganz einfach. Ihr macht das weiter. Ihr sollt auf dieses Reaktionsvideo, auf ein Reaktionsvideo. Ich werde auf deinen Scheiß nicht reagieren. Also ich möchte es hier auch nochmal ganz klar sagen, dass das hier kein Reaktionsvideo ist, sondern einfach mal ein... Einfach hier schaffen wir wieder einen neuen Trend, ein was? Klarstellung. Ein Dingsvideo. Es ist halt auf jeden Fall ein Dingsvideo, ja. Es ist kein Reactionvideo, es ist ein Dingsvideo. Also mein Video ist ein Reactionvideo. Es ist ein Dingsvideo auf dein Reactionvideo. Das wollte ich nochmal ganz klar fest... Ein Statement meinst du vielleicht? Lieber Reven, an dieser Stelle nochmal, dieses ist ein Dingsvideo und kein Reactionvideo. Ein Statementvideo? Ich lasse mir von dir nicht sagen, was ich mit meinem Dingsvideo mache. Jetzt können wir auch nur einen Ausnahmezustand, dass ich meine parat habe. Ausnahmezustand? Also sozusagen, dass dann irgendwann alles so drüber gepackt ist und wir haben dann ein Reaktionsvideo auf ein Reaktionsvideo auf ein Reaktionsvideo auf ein Reaktionsvideo und das wäre halt übelst krass. Ich merke grad nur. Also, wir haben jetzt halt ein Reaktionsvideo und ein Dingsvideo. Was der Rest damit macht, ist mir eigentlich vollkommen scheißegal. Weil, ganz ehrlich, ich gucke mir dein Video nicht an. Schlechte Laune heute. Wer guckt sich dann mein Video an? Na ich? Also Dings, ne? Oh, das tut mir leid. Ja, die Auflösung ist Bombe. Das gefällt mir richtig gut. Da kann noch mehr qualitativ hochwertiger Content einfach geschaffen werden. Am besten verlinkst du dein Instagram noch in der Videobeschreibung. Nein, Amazon Raffling für die Kamera. Wie macht man das am besten? Es geht nicht in meinem Kopf. Wie dumm kann man sein? Okay, ja. Gut. Anstatt dass er das Video über das Ende macht und es dann den Scheiß macht, macht er das jetzt alles hier in unser Auto rein. Okay, gut. Kann ich nicht haben so. Aus Ende, das lassen wir. Tschüss. Ja. Okay. Ich sag jetzt hier zum Ende nochmal drei Worte. Ich muss dann auch noch was sagen, oder? Ähm. Ja. Eins, zwei, drei waren die drei Worte. Danke. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Einen Daumen nach oben. Einen Abo. Einen Abo, oder? Und fünf Sterne. Und fünf Sterne. Danke. Fünf Sterne? Dann müsste ich... Ah! Jetzt bin ich hier wieder am Anfang des Videos. Jetzt muss ich auch wieder was dazu... Muss ich mich jetzt auch groß machen? Na komm. Die Mühe machen wir noch. Ähm. Bli bla blub. Muss ich jetzt vier Worte sagen, weil das eine Reaction auf die Reaction war. Also... Jetzt sieht man sich auch richtig groß. Ja. Ja. Was soll ich sagen zu der Idee? Die ist nicht neu. Ähm. Wie gesagt, das Video wird sich ewig ziehen. Deswegen... Es wird sich halt niemand irgendwie eine Stunde bevor so ein Video setzen und darauf reagieren, wie jemand reagiert, 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 reagiert. Ähm. Ist erstmal okay. Wir fangen das an. Aber das ist, denke ich, kein Format, was Bestand hat. Also... Das... Wie gesagt, das generiert halt auch einfach keine Klicks, wenn man irgendwie möchte, dass die Leute einschalten und neuen Content... Also... Klar, ungereagiert, funktioniert, weil die Leute sich das von nahe bis Ende angucken, weil immer wieder was schon passiert. Aber wenn die Videos, wie gesagt, sich einfach über eine halbe Stunde jetzt ziehen, so viel Durchhaltekraft hat einfach keine... Irgendwann kann man sich einfach einen normalen Spielfilm angucken. Und... Dann lohnt sich die YouTube-Geschichte halt auch nicht mehr. Dann gucke ich mir lieber einen Spielfilm an. Also 10 Minuten Video. Reaction Video ist in Ordnung. Aber... Die... Ja. Beweist mir das Gegenteil, indem ihr jetzt auf mein Video reagiert, 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 reagiert. Und ich versuche das jetzt noch hochzuladen. Bis... Zum nächsten Mal. Ciao.